In Gießen sind am Rande eines Eritrea-Festivals nach Polizeiangaben 22 Einsatzkräfte verletzt worden. Nach den Ausschreitungen rund um das umstrittene Eritrea-Festival in Gießen hat die Polizei jetzt Bilanz gezogen. Das der Eritrea-Diktatur. Die Stadt Gießen hatte vergeblich versucht, dieses Fest zu verhindern. Gießen in Hessen eigentlich vermeiden, doch die Justiz kippte das geplante Verbot und so dürfte das umstrittene Eritrea-Festival dahinter den langen Arm der Diktatur sehen. Eritrea ist international weitgehend abgeschottet. Auch in Deutschland leben mehrere zehntausend Menschen aus Eritrea. Und einige von ihnen wollten es heute nicht hinnehmen, dass eine regierungsnahe Organisation im mittelhessischen Gießen zu einer Veranstaltung aufgerufen hatte, was in Gewalt auf der Straße endete, auch gegen die Polizei. Festivals der Festivals in Gießen in Gießen in Gießen in Gießen. Zaheidum. A-A-R-T-Wall. A-T-wen festival � Μ sempre deve informare una part about chanting Giesen con l'aula. Am ating this festival come from from ouron and to the TV and how to creep our publishing Jáina to just come back with. Nel Home can come next to the��� and write those verse. Und wenn wir uns auf die Seite sehen, dann sehen wir uns auf die Satellite-Televizien. Wenn wir RTV sehen, dann sehen wir uns, dass wir uns auf die Welt wissen können, dass wir uns auf die Propaganda wie RTV sehen können. Wenn wir uns auf die RTV sehen, dann sehen wir uns auf die Welt. Wir haben uns auch gesagt, dass es ein paar Jahre lang gibt. Wir haben auch die Frage, die wir uns beteiligen, an den sie zu verändern, wie wir uns gewusst haben, die die Folgen der Folgen der Folgen der Folgen der Folgen von der Folgen von der Folgen zu reden. Wir haben auch gesagt, dass wir in der Folgen von der Folgen die Folgen von der Folgen der Folgen von Euronews, CNN, BBC Associated Press in den Teraffa. In der Falle, ich bin Deutschland, hat eine Televizion mit Kanazina gemacht, um die Gnasi-Kohreze, mit dem RST zu verabschieden. Das war es, dass wir mit dem Teraffaaz mit dem Rettungs-2015 sind. Wir haben gesagt, dass wir mit Kanazina die Gnasi-Kohreze sind, mit dem Politiker, mit dem Teraffaar, mit dem Teraffaar. Das war's. Als ich die 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 Wir haben Ich habe die 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 wir uns zu erzählen haben. Ich habe mich mit meinem Kanal zu verabschieden, und ich habe einen Tag mit dem Reise zu arbeiten, die sich mit einem anderen Teil des Zirn. Ich habe gesagt, dass ich mich sehr gut war, dass ich mich nicht mehr über die Polizei verabschiedet habe, sondern ich habe gesagt, dass ich alles in der Zeit nicht verabschiede, dass ich ein Festivale auf dem Weg nicht mehr verabschiedet habe. Ich habe einen Teil von der Welt über die Millionen von den Zirn die die Gäste der Germanen in der R-S-S-T-A-T und wir haben ihn wie die Felle und die Zwiebeln in den Augen. Wir haben jetzt die Festivals, Festivals von Kettbeleonkala. Es gibt auch die Möglichkeit, die sich die Före und die Före und die Före und die Före. Ich sage Ihnen, wenn wir das jetzt haben, dann haben wir die Kettbele-Kaida in der Kettbele-Sachfah. Mit der Unterricht. Wenn wir Gäste Kamm-R-S-T-A-T, dann ist das Festivals der Före und die Före und die Före und die Före und die Före. Es gibt sehr viele Dinge, die wir hier haben, weil wir die EIR-TRA nicht sagen können, weil wir in der Gazette Dauid-Isaac haben. Wir haben die Vestibale gesehen. Wir haben die Politik, die wir hier haben, und wir haben die Frage gemacht, und wir haben die Frage gemacht, die wir hier haben. Die Verteidigung der Germanen, die wir hier haben, und das ist das Problem, die wir nicht erwähnen. Wenn wir diese Aussage nicht überhören, dann überhören wir die Aussage auf den Zuhren und die auf der ersten Jahrzehnte, der Präsident von Christian Wolf hatte, dass er auf die Schöne mit den Zuhren und der Zuhren und die Zuhren hatte, dass er eine Bezahmet auf die Zuhren und die Zuhren hatte. Wenn die Aussage von der Präsident einen, den Präsidenten hattet einen gewissen die die Nachbarke aus der Städte und die Menschen in der Städte die die Menschen mit der Städte und die Menschen in den Städte und die Menschen in den Städte. Also, die Welt ist ein sehr gut. Wir haben die Leute gesehen, die die German-Gazite-Achkau und die Polish-Germans auf die Menschen die die Menschen in der Städte und die Menschen die Menschen in den Festivals die die German-Germans-Gazite-Dirn-Torchik-Achkau. Die Menschen haben sich in die Städte die Menschen in den Millionen Euro vermitteln, die sich in den Watsaien betrachten. Denn das ist, dass sie die Menschen in den Watsaien zu tun haben. So ist es, wenn sie die Menschen in den Watsaien betrachtet, dass sie die Menschen in den Watsaien in den Watsaien in den Watsaien einen Wert zu haben, und dass sie die Politik im Watsaien mit ihnen betrachten. Denn es gibt eine Beweise für die Anwes-Watsaien, die sich in den Watsaien betrachten. In 2019, die die German-Kaddam mit der Television die erste, die in der Tagesschau-Zibel die in der Zeitung der Medien beobachten, dass sie die Zeit nicht mehr Mit dem Thema ist, dass wir die Analyse sehen können, dass die Menschen und die Menschen in der Welt die Menschen die Menschen in der Welt verletzten, die sich in der Welt verletzten. Die Television-Kaddam-Kaddam Ertra hat den Niveau mit dem Kaisen-Tabkinen, die Ertra mit dem Kaisen-Tabkinen und die Erwachsenen, wie es erinnert. Er hat sich die Frage an, dass er auf den Weg zu sehen ist, dass er eine solche Beziehung von der Gäuble ist. Er hat Deutschland mit einem anderen Ertraum. Er hat sich in der Geschichte von der Erwachsenen, einen Gießen-Festival zu sehen. Er hat sich in der Polis-Müggen oder und die Ausgabe des Unternehmens. In der ersten Zeit haben wir die 20-jährige Künfte. Die Amerikaner von CNN-Television, die Ingeliezer von BBC-Captain sind die 20-jährige Künftein und die 20-jährige Künftein mit der Künftein. Und die Pro-Zieben-Television-German-Television-German als die Künftein Künftein begrenzt, dass die Künftein Künftein und die Künftein 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 und die Künftein 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 und die Künftein 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 durch die Künftein 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 und die Tiktok-Marchein wird das Ganze geschehen. Doch also, in der Tiktok-Tiktok haben wir den Tiktok-Marchein geschehen, in der förksteine und der ist gewaltt, die Tiktok und die Tiktok wie die Tiktok-Marchein. Also, das ist es nachdemokratisch der Tiktok-Marchein war erstaunlich, dass die Tiktok-Marchein die Bewerber aufgrenzt wurde Wenn wir uns in einem Jahrzehnt haben, dann haben wir noch ein paar Jahre lang, wenn wir uns in die Medien haben, dann haben wir uns in die Medien gewonnen. Die Medien und Politiker haben wir uns in die Nachricht. Das war's für uns. Vielen Dank für's Zuschauen.